Und zwar seht ihr schon, hier haben wir richtig viele TNT-Sorten. Zum Beispiel, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an einfach mit dem Large TNT. Das ist anscheinend einfach Large hier, der für groß ist. Wahrscheinlich ist das einfach ein größeres TNT. Wir haben ja eben die Explosion gesehen. Mal schauen, ob das hier im Verhältnis größer ist. Wir testen das mal, Leute. Und? Was passiert? Oh, 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 wow. Okay, schaut mal, wie viel kaputt gegangen ist im Verhältnis zu einem normalen TNT. Guck mal, das ist ein normales TNT und das ist das Large TNT. Also ihr seht, das macht auf jeden Fall einen geisteskranken Unterschied, Leute. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. Und zwar ist das das Massive TNT.